Wenn am 29. Mai der Startschuss zum Mittelrhein-Marathon fällt, gehen auch viele Handwerker an den Start. Unter dem Titel Besser mit Meister-Team-Marathon verbinden sie sportliche Leistung und Teamgeist. Doch bevor wir in dieser Ausgabe von HWK TV einige von Ihnen besuchen, ein kurzer Rückblick auf die Azubi- und Studientage. Denn auch hier war das Handwerk ganz vorne mit dabei. Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan mittendrin. Bei den Azubi- und Studientagen in der Sporthalle Oberwerth war der Auftritt der HWK Koblenz ein Magnet. Ich denke, das ist eine notwendige Sache. Erstens, dass wir das Handwerk weiter nach vorne bringen, dass wir auch sagen, wie wichtig das Handwerk für die Wirtschaft insgesamt ist. Und dass wir auch ein Stück Nachwuchswerbung betreiben, also Jugendlichen anbieten, sich über die vielen Möglichkeiten im Handwerk zu informieren. Dazu dienen diese Tage. Eine Möglichkeit, von der viele tausend Jugendliche Gebrauch machten und im Bereich des Handwerks neben einem bunten Unterhaltungsprogramm vielfältige Informationen zur Berufswelt Handwerk erhielten. Über 120 Handwerksberufe kann man heute erlernen. Einer davon ist das Zahntechnikerhandwerk. Ein Beruf, der ohne Hightech unvorstellbar ist. So bei den Schweißverfahren, die nur noch unter dem Mikroskop zu verfolgen sind. Doch auch filigrane Handarbeit zählt zum Alltag dazu. Hier greift Zahntechnikermeister Stefan Kreil zum Werkzeug, der sich in Wallendar einen Traum verwirklichte. Die Gründung des eigenen Betriebes. Ich habe 1999 die Meisterprüfung gemacht und bin jetzt also gut zehn Jahre selbstständig und mittlerweile beschäftige ich sechs Mitarbeiter. Also wir fertigen den individuellen Zahnersatz an und arbeiten in erster Linie mit Zahnarztpraxen gewerblich zusammen. Was bedeutet, die ganz individuellen Ansprüche der Patienten handwerklich umzusetzen. Dazu zählt auch das Gießen von Legierungen für Zahnersatzleistungen. Auch hier greifen die Handwerker auf modernste Anlagen zurück. Ein anspruchsvoller Beruf und so verwundert es nicht, dass Zahntechnikermeister Stefan Kreil seinen Nachwuchs am liebsten selbst ausbildet. Ich will da auch aus, ja, lege ich auch großen Wert drauf, weil es immer schwieriger wird, gutes Fachpersonal zu finden und das klappt sehr gut, wenn man die Leute von Anfang bis zum Schluss begleiten kann. Und Stefan Kreil begleitet sie gut, denn seine Lehrlinge erreichten schon Landessiege bei den Berufsmeisterschaften und sogar vordere Plätze beim Bundesentscheid. Mit seinem Team, zu dem heute sechs Mitarbeiter gehören, schreibt der Handwerksmeister eine wirtschaftliche Erfolgsstory. Doch nicht nur als Unternehmer ist Kreil ganz vorne mit dabei. Auch sportlich legt der ehemalige Leistungsturner ein hohes Tempo vor und tritt beim Besser-Mitmeister-Team-Marathon über 21 Kilometer an. Also ich laufe circa zwei bis drei Mal die Woche, im Schnitt so zwischen 10 und 15 Kilometer. Also ich würde gerne unter zwei Stunden laufen und ja, ich finde eigentlich so die Idee sehr schön von der Handwerkskammer, so auch im Team das so ein bisschen zu unterstützen als Handwerker und die einzelnen Facetten auch mal zu zeigen von den Kollegen. Ja, es hat mir eigentlich sehr gut gefallen und ja, dann habe ich mich angemeldet. Wie auch diese sportliche Truppe, zu der viele Handwerker zählen. Initiator ist Malermeister Jürgen Geifes. Die Anregung durch die Kammer, jetzt mit der Kammer zu laufen, das fand ich also eine besonders schöne Sache. Habe daraufhin auch in der Innung entsprechend geworben und wir geben über die Innung auch entsprechende Zuschüsse dazu, sich daran zu beteiligen. Haben nachgefasst und ich wünsche mir, dass also auch die Beteiligung aus der Innung, der Malerinnung Mittelrhein-Busel-Eifel entsprechend gut sein wird. Hier im Kreis ist es sehr schön, weil wir hier Handwerker-Kollegen haben aus dem engeren Umfeld von Oberwesel, den Herr Liebfermer-Jeckel, den Schlossermeister, Autoschlossermeister aus Rehens oder mich und noch andere Kollegen. Und das ganze Umfeld, wir sind eine große Gruppe und Spaß, einfach Spaß. Wir trainieren halt oft zusammen, das Tempo passt und ich habe allerdings dieses Jahr vor, etwas schneller als er zu sein. Eine klare Ansage an Läufer Geifes, der als Unternehmer in Boppard ein Maler-Fachzentrum betreibt. Hier steht für den 62-Jährigen ein betrieblicher Staffelwechsel an, denn er bereitet die Unternehmensnachfolge vor. Die Bemühungen meinerseits sind jetzt schon seit einer Weile in Gang und im vergangenen Herbst habe ich mit der HWK, mit der Betriebsbörse Kontakt aufgenommen und dort meine Daten und meine Betriebsbeschreibung reingegeben. Es waren zwischenzeitlich über die Handwerkskammer drei Bewerber, vier Bewerber da und meinerseits ist natürlich ein Angebot da, ist auch langsam, auch von den Kosten her zu belasten, dass es auch eine Möglichkeit und die Chance ihm auch gibt, in den Betrieb reinzuwachsen. Bei der Einarbeitung seines Nachfolgers möchte Jürgen Geifes selber aktiv anpacken, die ersten Schritte mit begleiten. Auch hier gilt, wie beim Laufen, als Team lassen sich Ziele einfacher erreichen. Ich wünsche mir auch gerne noch ein bisschen hier Stand-by zu machen, auch dabei zu sein. So berufsfremd bin ich nicht und möchte ich auch nie werden, aber ein bisschen zurückziehen, das ja. Laufen hält also nicht nur fit, sondern verbindet auch. Anmeldungen zum Team-Marathon sind direkt bei der Handwerkskammer Koblenz möglich. Telefonisch unter 0261 398 277 oder per E-Mail info at besser mit meister.de Hier erhalten Sie auch alle wichtigen Informationen zur Teilnahme aus erster Hand.